Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich bin wieder von der Klassenfahrt zurück und jetzt werden auch wieder regelmäßig frische Videos kommen und vor allem auch jeden Tag wieder die Shop Videos. Wenn ihr in Zukunft keine Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Wir sind kurz vor den 100 Abonnenten, es fehlen nur noch 8 Abonnenten. Würde mich wirklich riesig freuen, wenn wir uns das diesen Monat schaffen. Heute Abend werde ich auch wieder Fortnite Champions Series wahrscheinlich spielen. Und da wird dann natürlich auch der Livestream angehen. Und heute wird auch ein neues frisches Video über eine coole Information kommen, die jetzt neu da draußen ist. Deshalb checkt den Kanal auch nachher noch aus und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Item Shop an und schauen, was dort alles drin ist. Wir haben ein neues Outfit und die Major Laser Sachen, die auch schon glaube ich seit Mittwoch oder so drin sind. Oder Donnerstag. Auf jeden Fall haben wir hier die Freestylerin. Ist reaktiv und hat auswählbares Stile. Und zwar kann man die in einmal in weiß und einmal in pink nehmen. Und ich glaube, der ist reaktiv mit dem Rhythmus. Das heißt, wenn irgendetwas, irgendein Sound kommt, wird das sozusagen abgebildet. Hier im Backpack hat er auch wieder zwei verschiedene Stile. Und wie gesagt, ich glaube, es leuchtet hier so, wenn Musik kommt. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz niceer Skin. Ja, jetzt schauen wir uns das nächste Set an und zwar haben wir wieder den Überschallcharakter. Der gibt es in vier verschiedenen Varianten, vier verschiedenen Farben sozusagen und mit etwas anderen Helmen. Sie sehen eigentlich echt ganz nice aus, die Skins. Und dazu gibt es ja auch noch ein Backpack und zwar das Todesmessungs-Backpack. Und hier wird die Eliminierung, hier werden die Eliminierungen im Match angezeigt, die man ehemalig macht. Ja, dann als nächstes haben wir den Zielsicher-Gleiter. Hat so ein Flugzeug-Sound, ist ein grüner Gleiter. Ist in Ordnung, die Farben gefallen mir jetzt nicht ganz so. Dann haben wir verstohlenes Schwarz als Lackierung. Ist ja mal schön schlicht und schwarz. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Ähm, ja. Dann haben wir noch die Luftkampf-Lackierung. Ist so ein bisschen in so einem Camo-Style. Ja, sieht eigentlich auch ganz nice aus. Und, ähm, das war's dann auch mit dem Set. Kann man nun zum Major Laser-Paket. Und das, das ist ja im Prinzip das gleiche. Hier kann man im Prinzip alles einzeln kaufen und hier kann man alles zusammen kaufen. Und man muss eben halt, ähm, nur drei Viertel des Preises bezahlen. Man kriegt den Rest sozusagen geschenkt. Hier haben wir den, ähm, Major Laser-Charakter, der auch ein integriertes Demot hat. Und zwar das hier. Das kann man jedoch nur machen, wenn man den, ähm, Charakter hier selbst wirklich, ähm, gerade ausgewählt hat. Dann, äh, die Laser-Schwingen. Sieht echt ganz cool aus. Mit einer animierten Kugel innen drin. Und dann haben wir hier die Laser-Axt. Sieht auch cool aus. Hat hier auch wieder eine Disco-Kugel drin. Alles schön in Gold gehalten. Dann haben wir Laser-Fete. Hat ganz coole Musik auf jeden Fall. Und die Moves sehen auch cool aus. Dann haben wir auch noch Musik. Ich muss kurz die Musik anmachen. Ähm, so. Das ist eine chillige Musik. Ja, wirklich eine super, super chillige Musik. Fände ich auch mit einer der besten, ähm, Musiken. Dann gibt's noch Standard-Feuer. Das ist im Prinzip nochmal so eine andere Variante davon. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir die Gaunerin. Hier ist auch ein echt ganz nice Charakter eigentlich. Ähm, war glaube ich in Season 4 damals reingekommen. Ähm, und ist jetzt auch nicht allzu häufig der Skin. Hat ein ganz nice Backpack eigentlich. Dann gibt's noch... Was stinkt hier so. Finde ich jetzt nicht ganz so cool. Als nächstes haben wir noch die rote Tarnung. Die auch neu ist. Ähm, sieht eigentlich ganz nice auf jeden Fall aus. Im Camo-Look wieder. Und... Ja, fehlt tatsächlich ein kleines... Fehlt ein kleines Stückchen von der Lackierung. Weil normalerweise ist das bei Waffen... Da... Daran. Ah, lol. Lost. Ähm... Ne, auf jeden Fall... Ist das... Eine echt nice Lackierung, wie ich finde. Ähm... Außer auf dem Roboter. Da sollte man am besten keine Lackierung haben. Weil man sonst auffällig... Wie sonst was ist. Dann haben wir Glitter. Ich finde, für ein 500 V-Works-Emote... Ist das eigentlich echt ziemlich... Ein guter Emote. Mit einer... Äh... Ganz Musik auch dahinter. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir die Wüsten-Dominiererin. Sieht ganz nice auf so. Auf jeden Fall der Charakter. Dann haben wir als letztes noch Knacks. Ist auf jeden Fall auch ganz nice. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Feedback in den Kommentar rein. Lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.